Ah, voll Shotgun. Zwei Leute mit einer Attack getötet. Ein Keyboard spielst du jetzt. Apex von Mini habe ich noch mehr zusammen geschossen. Wir haben gerade neue Keycups. Meine Maus ist jetzt auch... Die Maus ist auch noch kaputt, oder was? Die spielt gleich auch. Fucking joke. Der oben ist komplett am Draw. Ach man, ja. Aber komm mal, Alter. Schlamm. Ah, weil ich mit Stöcken schieße, Mann. Ah, dann lass mich nicht in seine Box rein. Also, bei mir ist ein Dorfbewohner hier. 165. Dorfbewohner? Ich weiß nicht, wie er aussieht. Und gemisst. 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 Bist du scheiße, oder wie gesagt? Das hat niemand gesehen. Ich bin einfach Rebooten, Digga. Ich bin einfach Rebooten, Digga. Oh, 190 erwähnt. Boah, was ist das? Oh, Alter, gleich von dem Typen. Mal eine kurze Frage. Lernt man bei der Masterclass, dass man sich nur selber splasht? Ich bin mich. Ich lande in seinem Opa drin, Digga. Ich bin in seiner Oma. Ja, geil. Wir haben die Beine da einfach mal besucht. Bäng, Bäng, Bäng. Bäng, Bäng. Oh, ich werde Rifted on. Börst du rein. Tod. Jandaur Reboot, nein. Komm mal ein Fahrler, komm mal ein Fahrler. Ich komme, ich komme. Riesen hat vier Waffen und Dark Chips. Ich hatte zwei, ich schwör auf alles. Ich habe irgendwie einen Bug. Also, ich hatte irgendwie Lobby-Straight. 2-0. Du hast mich hier nicht in den Random-Impuls. Er war 1-3, er war 1-3. Das ist ein geiles Tracking von mir. Triple-Ding, Triple-Ding, Triple-Ding. Hilf, Oma, ich bin in der Box. Ich mache ein Player für Sentry. Hinter der Box. Das ist eine Oma. Ich kitzle seine Oma. Ich habe einen Slapper, also. Ja, den habe ich, oder? Soll ich ihn zaubern? War die Oma geholt? Okay, 3-1. Nice. Damn! Ich wäre zur Not da gewesen. Geil, Junge. 12, 24, 32 Killwin. Ja, nimmt man mit. Tangit! Oh, oh. Hinter mir! Oh, ist der educ's. Siell driveren... 1... Oh. Wir haben eine Verbindung gesessen. Um eine Box! Loff nicht Box! Verdammt Der hat automatisch Türen an. Der wurde komplett gefickt. Das wollte ich gar nicht. Öl elles 200. Egal. Da können wir nicht raus. Da können wir raus. Komm raus, komm raus, komm raus. Hä? Noch ein anderer Team. Komma. Ich bin jetzt da, ich bin jetzt da. Nein, Kenny. Nice. Ich hab hier 10 Leute abgemolzt. Ich fahr komplett in den rein. Ja, perfekt. Ah, der hat schon wieder sondergegangen. Etat. Yes. Schon wieder ein verfickter Nutzenzone. Die Pumpe ist richtig scheiße. Oh. In die Luft, ja gut. Und mir macht ja auch mehr Spaß. Bei mir kracht's komplett. Okay, bin live. Kann ich mal direkt leasen. Einer ist noch unter mir, ne? Erklettert die irgendwo oder so. Ich flieg durch den Squad gerade hinterher. Und das war's mit mir. Die haben Rocket Launch alles. Jo. Renny. Renny. Ich hab drei Leute unter mir, ne? Oh, ich wurde hell. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ja, also. Das ist ein Reboot, ne? Hm? Ich hab mich eingeboxt. Links, einmal links links. Oh, mein Gott. Was? Nee. Nein. Jetzt sollte halt. Haben ihn. Oh, mein Warnerträger. Hm? Ich brauche mich. Mein Auto ist kaputt. Auto kaputt. Präparatur. Wesen alles. Drecks. Unten. To. Witte noch Lötz. Nein. Bitte. Das kann nicht sein, der. Ich hab den Shot gemessen. 144 auf den Grauen. Ja, ich hab angeholzt. Ich hab mein Holz. Ab für uns. Bis zum Haus. Bittt. 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 Was machen die da? Ich hab hier fünf Super Späts. Ich hab null Medz. Ich hab null Medz. Ich hab null Medz. Kenney. Ja, ich hab einen Torchweil. Ich komm zu euch. Über uns über einer. Ich hab vier Bells. Ich hab vier. Ich hab vier Bells. Ich hab vier Bells. Ich hab vier. Ich hab vier. Die legt alles auf mich Wann ich wie? Links noch einer, links noch einer, aber Ich brauche, ich brauche Heal Warte, wo ist das? Geil, ey Der ist raus Scheiße, der Schlampe Ich habe meinen Holz Hast du einen Upgrade Guard bekommen? Geil, Chat Ist ein Lampi Ja Ich habe die Wall mit Sliden kaputt gemacht Wie geil war das denn? Ich musste gar nicht aufkommen Katana Heute würde ich auf jeden Fall wieder playsen Du lieber euch? Mein Katana, ich habe mein Katana wieder Ich finde, könnte er cheatet Nein, bitte nicht Wer ist in deiner Box? Ich weiß Ich hole dich raus Niklas Ich habe den Minus 40 bei dir Fondant Ich mache jetzt W-Trick Bin in deiner Box rennen Flick Echsen Flick Echsen Flick Echsen Flick Echsen Flick Echsen das beginn Flick Echsen Vielen Dank.